Ich glaube, er ist ein Spieler, der gerne am Ball ist, der mit dem Ball gerne was anfängt. Und das schadet nicht. Ich glaube, das kommt uns zugute. Er ist aber auch bereit, den Ball mit den Mitspielern, nicht mit dem Gegner, aber mit den Mitspielern zu teilen. Und deshalb ist es vollkommen wurscht, in welcher Position. Ich glaube, dass er bei uns alle Freiheiten bekommt und er auf der anderen Seite aber auch genau weiß, was er für die Mannschaft einzubringen hat. Ich denke, das passt. Da ist er, glaube ich, der richtige Typ für unser Team.